Moin, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich heiße Daniel und ich spiele hier wieder Fahrkreis 6. Ich befinde mich hier und hier geht es um eine besondere Mission. Denn wir treffen heute hier eine Mädchen. Du siehst vielleicht wie ein Guerillero aus, aber du bist ein Künstler. Ich erkenne sowas. Ich bin Senja. Ich male. Und du kommst genau richtig. Wie stehst du dazu, José einen seiner alten Panzer zu stehlen? Wen stört's schon, wenn einer fehlt? Bring ihn her und wir fangen gleich an. Ich habe einen Traum. Und ich brauche einen Panzer. Ich hatte doch gleich ein gutes Gefühl, als ich dich gesehen habe. Pass auf dich auf, ja? Ich habe einen hier. Bevor wir sind hier. Kann man eine schnelle Reise nehmen? Nein, schnelle Reise da, gut, dann nehmen wir hier eine schnelle Reise. Da muss ich einen Panzer klauen, dann muss ich ihn hier bringen und dann sollte ich ihn malen. So, wir müssen da, genau, es geht hier in diese Richtung, dann brauchen wir ein Fahrzeug. Ich fahr lieber. So, wo ist mein Fahrzeug? Das sind die Schmerzen oder das sind die Schmerzen. Verabere Untersatz. Das ist gut drauf auf mich, Rito. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte. Hey! Juanjo! 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 Ich dachte schon, das wär mein Essen. Wir können ziehen! Geil! 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 Scheiße, ein Truck! Geil! Geil! Hö 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 lui! Musik Hier ist es gefährlich. 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 Hier ist gefährlich. Hier ist es gefährlich. Hier ist es gefährlich. Hier ist gefährlich. Hier ist gefährlich. Das ist meine Puma. Was hast du? Und was hast du? Du kannst dir einen Panzer schnappen und ein paar Soldaten töten, wenn du dir die zweite Panzerdivision der FND vorknöpfst. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Danke sehr. So, jetzt mal hier, schnell reißen. Ist die Karte abgerichtet? Du hast hier nichts zu suchen. Du bist auch gut. Feuer, Feuer. Ich brauche dein Pferd. Ich habe es gerade gekauft. Schön, jemanden von der Geria zu sehen. Ich habe es gerade gekauft. Ich habe es gerade geführt. Ich habe es gerade geführt. Ich glaube, ich habe es gerade gekauft. Ganz ruhig. So, jetzt mal die Kamera da weg. Ich wollte die Kamera da verstauen. Da ist jemand. Hier drinnen! Da ist ein Panzer. Shania wird hier nicht. Ja, verdammt! Hey Shania! Wo machen Sie gerade? Ein Panzer? Du bist unglaublich. Bring ihn nach Hause zu Mamacita. Okay Mamacita, wo bist du? Da, wo? Da muss ich. Wenn man, nein. Hier. Da ist Mamacita. Ich bin unterwegs. Aber ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 müssen wir die ganze Werbetafel zerstören. 0 von 8, also 8 Werbetafeln sind extra und dass diese Befindung nicht um den Start LaFguerza. Jetzt fahren wir nach links. Hier war noch eine Panzer. Ja, ja, kopier die Karre ruhig gut an, du Arschmale! Wenn ich hier eine kleine Pause mache, der hat mich schon verletzt. Achso, muss ich ihn schnell reparieren. Der Arsch hat hier meinen Panzer, der stößt. Jetzt wieder einsteigen. Jetzt komm her! Aber nicht dieser Werbetafel. So können wir auch. Ich muss schnell wecken hier. So, da ist schon die erste. Der erste, der muss weg. LaFguerza, zack. 1 von 8, 2. 2. Nummer 1. Ach, wie schön, Roses Gesicht zu sein. Wie fühlst du dich? Ich fühl mich ja dann gut. 2. Jetzt machen wir Lärm, Baby. Roses Gesicht ist überall im Dorf. Drück dich noch etwas mehr aus. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 2. 5, 3, 4, 2, 5, 2, 1. 6, 6, 7, 8, 5, 5, 3, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untertitelung des ZDF, 2020 Und mal reparieren Scheiße Verdammt, ein Panzer Nicht jetzt! Nicht jetzt! Scheiße! Ja, bin ich am Arsch, jetzt muss ich wieder zurück! Scheiße! Hallo. 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 Ich glaube, ich lehre mich einem Durchbruch. Ich brauche dein Pferd, Kollege. Ich brauche dein Pferd. Aber fahr keinen über den Haufen los. Genau. Das ist alles okay. Ganz ruhig. Feiltreffer! Ich brauche was mit mir. Ich brauche was mit mir. Hier, für den Steck. Fahr die Kiste nicht zu schrauben, ey. Verdammt! Ich hörs immer noch runzen. Bist du denn noch nicht fertig? Nö, das macht mir viel zu viel Spaß. Nun, wer bin ich schon mit deinen kreativen Impuls, hier den Weg zu stellen? Dreht euch! I neig! Ich brauche die K da werden. Ich brauche zwei K. Und die Kiste überwärtsstruktur. Ich brauche die Kiste überwärtsstruktur. Fass uns hier im Sicherpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Abgeschlossen 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 Wir blocken jetzt eine MP4 Ich block jetzt mal eine Mission Abgeschlossen 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 Was ist das? Okay. In dieses Gebäude ran, müssen wir rein. Ah, so doof bin ich. Der liegt hier auf dem Tisch. Ich war schon mal da. Ich war schon mal da.